Diesmal verschonen Sie mich bitte mit irgendwelchen Gespenstergeschichten, ja? Gespenstergeschichten? So nennen Sie das also. Mein Vater hat es wohl auch für Gespenstergeschichten gehalten. Was? Es gibt Märchen, die wahr werden aus der Mausen. Und manchmal die bösen. Es tut mir leid, ich... Ich verstehe das nicht. Paranoid 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 Ich fick das Geil, dein Arzt, die ist mein Leben 1, 2, 3, 4, jetzt steh ich gleich hinter dir 5, 6, 7, ich hab' mir was mitgebracht Kalt an, auf deiner Schatten, lass' ich dich zittert Aber ruhig, ich fick das Geil, dein Arzt, die ist